So, 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 YouTube, hallo, lo und herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. So nenne ich das einfach mal, ähm, wir sind vorbereitet. Zumachen können wir das irgendwie nicht. Ähm, 3.52 Uhr, wir können schon mal versuchen, lebend die Leiter runter zu kommen. Ich habe Nahrung und Kuh vorbereitet. Ähm, ja, also eigentlich sollte alles passen. Es ist Tag 10. Das ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster, sage ich euch. Ähm, ist sogar richtig. Oh, ich bin zu dicht oben, kann das sein. Ja, das war das Problem. Oh, wir brauchen immer noch ein bisschen Holz. Ähm, weil ich habe vergessen, ich habe die eine Seite nicht zugemacht. Das müssen wir zuerst machen. Das hat auf jeden Fall Vorrang, bevor wir irgendwo hingehen. Und ich darf nicht so wie gestern einfach dann um 22 Uhr noch draußen hocken. Das könnte sonst übel enden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir noch brauchen. So, Holzstachel fallen. Nochmal 10. Kann er ja schon mal machen. Achso, und ich habe einen Kaffee mal mitgenommen. Den trinken wir jetzt. Naja, das Ausdauerwiederherstellung auf jeden Fall erhöht. Das lohnt sich, glaube ich, nochmal ordentlich. Also, ihm geht es auf jeden Fall gut, nicht? Wenn ich so eine Apokalypse wäre, würde ich sagen, ja. Eier und Speck. Kaffee. Gut, ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke lieber Energydrinks. Ein kleines Laster, das ich habe. Ich glaube, die meisten Bäume in der Nähe habe ich schon angedodged. Was hast du eigentlich vor zu erreichen im Spiel? Erstmal überleben und die Karte so ein bisschen zu erkunden und wieder reinzukommen. Das ist eigentlich so das Ziel. Mal gucken, wie lange ich motiviert bin. Bei der Alpha 16 war am Ende, da hatte ich eine riesige Pyramide gebaut. Da habe ich nur noch nicht gestreamt. Das heißt, es gibt leider keine Aufnahmen davon. Nur den Spielstand, den man aber wahrscheinlich nicht mehr ohne weiteres spielen könnte. Wo die Zombies dann automatisch gestorben wären durch den Fallschaden. Also die war irgendwie 200 Einheiten oder sowas hoch und x Sachen tief und... Ja, 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 warte mal, warte mal. Jawohl. Okay, das gibt auf jeden Fall nochmal Fettfleisch. Naja, 24 wie zwei Hühnchen. Oh. Macht doch nicht so einen Krach. Au. Die Bäume sind alle schon fast abgegrast gewesen, nicht? Ahem. Ja, also mal gucken, wo wir landen werden. Erstmal grundsätzlich ist es für mich wieder, um reinzukommen. Deswegen ist auch alles ein bisschen leichter. Ich finde es sonst auch zu frustrieren, nicht? Nach der Arbeit, ähm, will man ja auch entspannt spielen. Ich mag so extreme Souls-like-Games zum Beispiel gar nicht. Das ist mir einfach zu anstrengend im Leben. Und ich bin halt auch nicht so der Hand-Augen-Koordinator-Profi, was wir gleich in der Horde nach beim Schießen sehen werden. Ich bin schon gespannt, euch meine Künste vorzuführen. So, 5 Uhr. Das muss reichen. So, wie viele können wir nochmal machen? 29. Ja, das reicht doch, oder? Mit dem restlichen Holz reparieren wir dann Sachen und Co. Na, vorsichtig. Durch. Oh. Ne, eigentlich, da sollte sie auch nicht hin. Da sollte sie hin. Und da. Also das Setzen ist wirklich ein bisschen hackelig. Hier auch auf jeden Fall eine Reihe noch davor. Ich glaube, wir brauchen doch noch mehr. Warum da nix hin kann, an dieser Stelle? Aber egal. Hinwecher. Oh, shit. Das habe ich mir zugebaut. Oh. Kann ich die Sachen hier durchsetzen? Ne. Ah, kacke. Das ist schlecht. Das kostet Zeit. Wart mal. Nicht mit das hier. Natürlich renne ich da rein. Na, dann kann ich die doch von hier oben platzieren, oder? Da erkennt er den Stacheldrahtzaun immer, der da ist. Das ist blöd. So war das nicht geplant. Ich glaube... Ja. Ich habe es doch kapiert. Ähm. Wow. Ich dachte, er hat ihn gesetzt. Also, warum ist das jetzt so zuppelig geworden? Eine Erfahrung. Warum baust du die Bäume nicht ganz am Genesen... Die wieder... Was? Nicht ganz ab. Wahrscheinlich. Äh, genesen... Ah ja, ab. Die wieder... Und dann kann man die nochmal abbauen. Nee, aber das macht Krach. Also, so war es zumindest in der Alpha 16. Wenn man zu viele Bäume abgebaut hat in einer Region, ähm, dann hast du Horden halt heraufbeschwört. Ich weiß halt nicht... Achso, hier kann ich nichts setzen. Okay. Ob das halt immer noch so ist? Und ich weiß... Hm, ich weiß, was weg muss. Das Dach da muss weg. Shit. Weil wenn die unten... Ja, die Dächer muss ich hier... Weil bei hinten ist ja ein Shelter. Da dürften die ja nicht reinkommen. Aber hier... Ich muss das Ding halt nochmal aufnehmen. Wie viel habe ich noch? Zwei. Aua. Shit. Okay, wir müssen sammeln. Nee, aber die Bäume regenerieren... Glaube ich höchstens nach der, ähm, normalen Zeit. Aber ich lasse immer das stehen, weil ich Angst habe, halt irgendwas anzulocken. Und dann vergesse ich aber... Und man sieht es ja auch nicht, ähm... Dass die noch... Ja, schon fast leer sind. Und dann haue ich gegen und dann kippen die um. Aber es scheint in dem Spiel nicht mehr... Also bisher ist jetzt nichts passiert, nicht? Also... Von daher könnte es sein, dass es nicht weitere Konsequenzen hat. Oder es braucht länger. Das kann natürlich sein. Hoffen wir mal, dass ich es nicht herausfinden muss. So, aber ich glaube, 30 reichen nochmal, oder? Obwohl, ich habe noch den Eingang. 50 brauchen wir noch. Ist doch mehr als... Noch mehr als erwartet. Und das Dach nervt mich, dass ich das da vergessen habe. Oh, shit. Bei mir kommen immer so Grüppchen von 20 bis 30 Zornis, aber ich pflanze drumherum immer Bäume. Ich finde, mir nehmen die Bäume die Sicht. Deswegen mache ich die eigentlich gerne weg. Äh... Und lege woanders einen Wald an. Aber, wie gesagt, meine Taktiken sind alle von alten Versionen. Da hatte ich immer einen Baumgarten mit erhöhter Plattform, die so drei Blöcke hoch war. Weil immer beim Baumfällen in großem Maßstab von der Baumfarm Hunde kamen. Und nicht nur einer, sondern gleich fünf oder so. Und gegen fünf Hunde habe ich nie eine Chance gehabt. Also, vor allem nicht am Anfang. Von daher habe ich das dann irgendwann sein gelassen. Mit dem Bäume komplett ummünzen. Außer halt auf meiner Baumfarm. Die ich dann aber gesichert halt hatte. Weil auf 20 bis 30 Zombies habe ich nämlich nicht Lust, die jetzt vor der Horde Nacht mein Haus zerdeppern, nicht wahr? Da kann ich getrost drauf verzichten. Aua. Hier ist schon echt kahl geworden. Aber ich glaube, das schaffen wir noch. Vor 10, oder? Das sieht gut aus, dass wir das hinbekommen. 200 sind schon schwer. Ja, vor allem in dem Zustand, nicht? Also, hätte ich jetzt wirklich eine gute Waffe, die schnell genug ist, dann würde es anders aussehen. Aber mit Pfeil und Bogen auf Level 4 und ich auf Level irgendwie 5 oder sowas. Keine Ahnung. Oder 7. Da ist das halt schon echt übel. Und früher kam halt 5. Das war halt... Never ever zu schaffen. Ich muss Botrix unbedingt sagen, dass er die Nachrichten nicht in YouTube-Chat reinposten soll. Das habe ich echt vergessen. Wer es sieht, der sieht es. Ich glaube, mit dem Platzieren brauche ich länger als mit dem Herstellen. Über 100 Steine, das reicht. Den Baum können wir noch andodgen. Wobei der sich hier regeneriert haben muss. Weil ich bin der Meinung, den hätte ich hier auf jeden Fall... Oder ich habe den übersehen in der Baumgruppe. Eigentlich bin ich alle Bäume drumherum abgelaufen. Müssten wir mal in die Aufnahmen gucken. Auf jeden Fall super spannend, nicht? Wie viele Bäume man abfällen muss erst mal am Anfang. Es ist ein hartes Leben mehr. Den hatte ich. Oh, eine Tasche. XP und 100 und sowas. Ja, das habe ich alles gelassen, wie es ist. Da habe ich nichts erhöht oder erniedrigt, weil ich nicht wusste, was gut oder schlecht ist. Ich mag es eigentlich lieber, wenn man richtig langsamen Progress hat. Das Problem bei sowas ist halt dann nur, wenn das Spiel das nicht in... Ja, auch so sieht. Dann ist das blöd. Ja, ja, komm. Wings sind da. Einen da würde ich gerne noch haben. Jawohl. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht hin, weil da Holz ist. Okay. Hier hatte ich eh nicht alles voll mit Holzstacheln, Dinger. Das müssen wir also auch nicht nochmal alles voll machen. Vor allem nicht für die erste Nacht, glaube ich. Also, wenn die diesmal stärker ist, es könnte halt sein, dass ich stärker gelevelt bin oder so und dass dann da mehr kommt, Krasses kommt. Ich weiß es nicht. Für den Eingang brauchen wir noch ein bisschen was. Und dann hinten bei uns. Aber das können wir auf dem Weg in die Stadt. 8.43 Uhr. Was mich wundert, eigentlich müsste noch ein Flugzeug gekommen sein. Bei Tag 9. Das kam schon wieder nicht. Hm. Zum Beispiel bei Civilization spiele ich immer auf Marathon. Ich mag diese schnellen Runden zum Beispiel gar nicht. Da bin ich auch gespannt. Civilization 7. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr Fan davon? Also, Teil 4 fand ich richtig gut. Das ist mein Lieblingsteil auf jeden Fall. 2 war auch ganz stark damals. 6 war, naja, gar nicht meins und ging auch zu sehr in Richtung Service Games und Geld aus der Tasche ziehen. Dann bin ich eigentlich nicht so der Fan von solchen Mechaniken, so Battle Pass Richtung und Season Pass Modelle. Wie bei Anno auch. Anno auch sehr unsympathisch geworden. Weiß nicht, ob ich da einsteigen werde. Auch wenn ich so eine Spiele grundsätzlich mag. Ich mag halt nur die Art nicht, wie das Marketing von großen Firmen die Spiele dann an die Spieler bringt. 17. Sagt dir leider nichts. Oh, 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 oh. Also, es ist eine große, große Marke auf jeden Fall Civilization. Aber es ist halt ein ganz anderes Genre. Ist halt, ja, Strategie, Aufbau, eher, ja, nicht mal Strategie, Aufbau. Also, Strategie, ja, aber nicht mal Aufbau, sondern eher, weiß ich gar nicht was. Äh. Aber es gibt Alternativen, die noch rauskommen werden, von denen ich überzeugt bin, dass sie bei weitem besser abschneiden werden. Aber sowas wie Seven Days to Die zum Beispiel kommt halt auch nicht oft raus, nicht? Also, man ist ja heutzutage echt froh über jede Alternative, die irgendwie generell auf den Markt kommt. Ah, mal drei. Siehst du, das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ist dieses Shooter und sowas, nicht? Ah, da bin ich zu schlecht für. Wie gesagt, Hand-Augen-Koordination ist so schlecht, dass mir das so frustrierend wäre. Oh, wo ist denn mein Bett? Da. Dass ich das irgendwann gesagt habe, nee, mach ich nicht mehr. Was ich ganz gerne gespielt habe, war Wildlands. Ähm, und zwar Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und da den Multiplayer. Den haben wir echt rauf und runter auch im Stream gespielt. Damals, als er aktuell war. Breakpoint war auch noch okay. Ähm, aber auch da die Taktik, wie Ubisoft seine Spiele vermarktet, funktioniert für mich halt einfach, äh, gar nicht. So, nochmal zurückgehen. Den Eingang zutackern. Und eine Szene, das schaffen wir nochmal hin und zurück, eine Stunde. Dann können wir wenigstens ja noch vielleicht ein Haus machen. Wir dürfen uns nur nicht verfranzen und sterben. Das wäre auf jeden Fall schlecht. In jeglicher Hinsicht. Ah, ah, mittig. Okay. Oh. Battlefield 5 haben wir noch ein bisschen gespielt Früher, aber ja Alles damals, so Zumindest ist jetzt zu Ich fühle mich sicher genug, dass ich sage Jetzt können wir in die Stadt rüberlaufen Tom Clancy schaut deine Frau immer gerne Ah, guck an Ja, ist immer cool, wenn man so gemeinsame Hobbyrichtungen hat Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz Immer ein bisschen Oh Also ich bin eigentlich auch so jemand Ich habe gar nicht Die eine Richtung Also bei mir geht es Am allerliebsten ist natürlich Aufbau Sowas wie Worker & Resources Ist auf jeden Fall mein Favourite Spiel Aber auch Imperium war sehr sehr geil Das kommt ja 7 Days to Die Schon sehr nah Aber leider Haben die Die finde ich Sich zum Schlechten entwickelt Also die haben wir uns Letztes Mal angeguckt Ähm Die Version Die war kaum noch zu spielen Da waren zu viele Ungereimtheiten Und das ganze UI Und Verhalten Mit Questtexten Ist alles irgendwie sehr Ja Roh Immer noch Und Auch grafisch ist das Spiel inzwischen Auch wenn sie da ein bisschen was gemacht hat Abgehangen Da bin ich erst Oh oh Steine können wir ja auch so sammeln Vielleicht gar nicht schlecht Aber keine Nester mehr da Ganz selten noch eins Oder da Na City Skylines zum Beispiel Riesenenttäuschung gewesen Dieses Jahr Das War ganz schlimm Oder letztes Jahr nicht Inzwischen schon Starfield letztes Jahr auch Auch nach 250 Spielstunden Muss ich sagen Mit das schlechteste Spiel Was ich seit langem So gespielt habe Also Schlecht in Ja Schon auf einem Anderen Level Nicht man Man schreit schon sehr hoch Aber Es waren Wie viele Bugs haben wir gezählt 60 Die einfach so Ohne zu suchen Über den Weg gelaufen sind Das war halt einfach in einem Zustand Der gar nicht hätte rausgehen dürfen Aber Seit halt hinter Spielen Nicht mehr Leute sind Die Ja Mit Leidenschaft dabei sind Sondern Firmen Die Geld machen wollen Haben sich da die Sachen Alle Ja Bisschen zum schlechten verändert Und gerade Und gerade diese ganzen Scam Firmen Die halt auf diese ganzen Abo Modelle Aufspringen Um Geld aus den Taschen zu ziehen Von den Leuten Ähm Ich vergesse mal wie diese eine Firma heißt Nicht Toplitz Diese andere da Die so 1000 Simulatoren Auf den Markt wirft Unter 50 verschiedenen Studios Die ganze Zeit Ähm Nur um da immer ihren Tausende abzugreifen Oder so Sowas finde ich halt Also die Entwicklung Dahingehend ist auf jeden Fall Blöde Ah ein Hase Was soll ich mit einem Hasen Wow Wow Junge Hast du ein Glück ey Ich schieße inzwischen höher Als ich denke Ah den können wir ja noch mitnehmen Wenn er schon da liegt Dann können wir noch mitnehmen EA Play ist auch ein Scam Oh ja EA sowieso Also auch Ubisoft Grundsätzlich An sich ja Äh Interessante Spiele Ach die Construction Site Aua Dem habe ich an die falsche Stelle geschossen Noch ein schönes Buch Ah das ist halt heute Grundsätzlich glaube ich Einfach ein Thema Wir brauchen auch noch eine Wrench und sowas Nicht haben wir auch noch nicht Gefunden Ah hier waren wir schon Hatten wir das Haus Da schon Ich glaube hier waren wir Schon drin Nicht Die Owns Residence Da waren wir hinten Obwohl Ne Die kann auch die Tür Für uns aufmachen Ach jetzt Komm schon Ach schlechte Arbeiter Sind gut zu Schwer zu finden Heutzutage Da ist es Jetzt kommts Da hinten Okay da müssen wir gleich hin Oh ja Oh Kaffee Auf jeden Fall nicht Verkehrt Oh noch mehr Munition Ich fand ich doch sicher Durch den Boden Gleich Ich glaube mehr gutes Zeug kann ich Hier drinnen gar nicht Hier drinnen gar nicht finden Oder Wir gehen mal lieber raus Nicht übertreiben Nicht das Glück Zu sehr ausreizen Haben die einen Hund Die haben einen Hund Gibt auf jeden Fall zu viele Hundehütten Ich bin schon recht voll Wir können eigentlich nur noch zum Loot Container Da hinten Das Zeug können wir mal da unten hinnehmen Ja gut Und ich glaube ich glaube Ich glaube da gibt es auch eine Questline mit den fünf Händlern Die man irgendwie kriegen kann Und Pipapo Und solche Geschichten Ähm Vielleicht beim nächsten Mal Dass wir eher sagen Beim Händler Ich meine Die ersten zwei Tage Mache ich so Händler Aufgaben Ähm Weil die mir halt auch die guten Orte So ein bisschen vorgeben Wo sind Häuser Mit Küchen Ähm Hohle Sachen ab Mache ich sehr gerne Buddel mag ich zum Beispiel gar nicht Und Zombies töten halt auch nicht Das geht meistens nach hinten los Gerade am Anfang Und Ja Irgendwann ist der Händler jetzt auch so weit weg Ich habe jetzt noch keinen zweiten gefunden Das lohnt sich gar nicht da hin zu laufen Also der ist zwei Kilometer weg Ähm Ja Dementsprechend Erübrigt sich das so ein bisschen In diesem Spielstand zumindest Ich wollte jetzt auch nicht genau neben dem Händler Ist das ein Hund? Nee Der krabbelt nur Boah Ich habe mich gerade echt erschrocken wegen dir Was kannst du da nicht machen? Hätte mich gewundert Oh Wenn da ein Hund drin gewesen wäre Vielleicht wenn ein bisschen mehr Ruhe ist Dass wir einen neuen Händler finden Nicht? Dass wir das dann angehen Aber zum jetzigen Zeitpunkt erstmal Bin ich eher so Ich gehe gerne selber looten Oh ein Checkpoint Wenn der Hase schon hier rumläuft Wo ist er denn? Da hinten Oh zu hoch geschossen Wirklich Krass Ja Sag mal So wird es gleich mit den Zombies auch gehen Okay Viel zu flach Ja Ah wir leveln nochmal auf Das ist nicht schlecht Jawoll Endlich Wo ist er hin? Wo sind meine Jagdbeute? Da Jetzt haben wir wieder X, M & X Nicht? So Dich auch noch weg Okay Keine Pfeile übrig geblieben 14 Uhr Und wir sind halb überladen Also wir müssen auf jeden Fall dann zurück Viel mehr bleibt nicht übrig Wir holen das Zeug da noch Und damit level up Geil Können wir irgendwas noch verbessern vielleicht Ich habe gespart Bis ich einen Schlagschrauber kaufen konnte Und seitdem fahre ich nur durch die Gegend Baue Autos ab Und die bringen extrem viel Kohle Ja kann man auch machen Nicht? Also das ist ja das Schöne Ich mag wenn Spiele Verschiedene Möglichkeiten einem Spieler geben Das Spiel auch zu entdecken Und auf andere Weise zu spielen wie jemand anderes Nicht? Wenn es so wie bei WoW gibt es diesen einen Guide Und wenn du anders spielst So spielt man das nicht Und du brauchst das Add-on Und deswegen bin ich nicht mehr so der WoW-Fan wie früher Ähm Und auch bei anderen Spielen Da gibt es genau diesen einen Weg Den man einhalten muss Wenn man perfekt sein will Weil das schon alle wissen Und Oh Schneebio Das finde ich dann immer ein bisschen Schade Noch ein Hase Ist mir jetzt aber egal Und hier Wenn man sich so ein bisschen Auch selber entfalten kann Ist das eine richtig coole Sache Ähm Eröffnen wir die jetzt Wahrscheinlich eher nicht Können wir irgendwas zerlegen Wahrscheinlich auch nicht Okay Dann ab nach Hause Ja Wir können auf jeden Fall Ich glaube wir haben in dem Spielstand Schon das Fahrrad Ähm Da können wir dann mal gucken Wenn der erste Tag rum ist Äh Die erste Horde nach drum ist Nicht Dann habe ich wieder Mehr Zeit Mich auch mal In so eine Themen einzulesen Na sag mal Ach komm Scheiß drauf Das ist die Die ich immer nicht treffe Die hat so eine komische Hitbox Hier in ihrem roten Kleid Wir tanzen um jeden Baum Einmal rum Und kriegen wir auf jeden Fall Genug Holz für den Rest Fahrrad hat ein Inventar Ja Das ist auf jeden Fall Dann das Ziel Dann gucken wir mal Was wir Damit anfangen können Ich finde zum Beispiel Was mich total verwirrt hat In den neueren Ähm Versionen Ist auch Früher konnte man sich ja einfach Eine Werkbank craften Wenn man genug hat Jetzt braucht man das Wissen dazu Und An sich ja eine coole Sache Aber auch irgendwie Schwierig Ich habe schon die Alpha 21 Mal kurz angezockt Und mich immer gefreut Wenn ich eine Funktionierende Werkbank Irgendwo gefunden habe Da war ich richtig Richtig happy drüber War halt auch Eine Seltenheit Nicht wahr Wir könnten so Scheißzeug In unsere andere Kiste ablegen Die ist hier vorne Oh ja Das müssen wir machen Sonst kommen wir nicht An Ich esse mal was Dann haben wir noch Ein Platz Weniger Den wir hier Befüllen müssen Bringt zwar nicht viel Aber schon mal ein bisschen Dann frage ich auch Was du erreichen möchtest Weil es gibt Taktiken und Wege Wo vielleicht Ich nicht drauf komme Ja ja okay Das Ist auf jeden Fall Eine legitime Frage Die ich aber glaube ich Selbst für mich auch noch Erst herausfinden muss Wo es dann am Ende Hier hingehen soll Weil ich weiß zum Beispiel Auch gar nicht Hat das Spiel ein Ende Skaliert das einfach Unendlich hoch Mit den Zombies Und Co Wo ist das Limit Nicht wahr Ich wollte gerade sagen Wenn es zur Not Wenn es Nacht wird Dann bleiben wir hier einfach Auf dem Dach Aber es ist ja Horde Nacht Ist vielleicht nicht Die cleverste Idee dann Beer and liquor Ich loote halt einfach Zu gerne Oh man Shit Vielleicht baue ich hier Irgendwo eine Kiste Nochmal Level 300 Okay Das ist gut zu wissen Level 300 Na da haben wir glaube ich Noch ein bisschen was Vor uns Wir haben Level 13 War echt weit weg Die Kiste Hätte ich gar nicht gedacht Book it Ja ja Wir haben keine Zeit Mit ihnen zu spielen Hab Videos Von einem YouTube Video gesehen Was er da aufgebaut hat War krass Ja vor allem mit den ganzen Items Die du halt auch Oder auch Blöcken Die du hast Ähm Das ist schon verrückt Wie gesagt In der Alpha 16 War ich auch so Komplett crazy Ah Ne Noch ein Stück Und hab wirklich Eine gigantische Flache Pyramide gebaut Ähm Da Bestand eine Schräge Ja aus drei Ähm Höhen Einheiten Einfach Einfach Aus dem Grund Weil Ähm Die Zombies Immer gegen Schrägen Noch geschlagen Haben Oh Hier will ich drum herum Das machen sie ja Inzwischen nicht mehr In dem Ausmaße Die springen ja gerne Auch über Blöcke Jetzt rüber Das heißt Da können wir Das wahrscheinlich Anders aufziehen Aber dafür haben die Glaube ich Ganz wenig Falschaden Ich glaube das höchste Was passiert ist Dass ihnen Irgendwas Abbricht Oder so Jetzt wird so ein Kaffee Außer Dings Ganz gut Ich meine 16 Uhr Das schaffen wir Oder Wir haben jetzt Eine Stunde Hierher gebraucht Das Die Hälfte Oh oh Okay Wenn die schnell wären Habe ich ein Problem Dann geht der Adrenalinspiegel hoch Ja es gibt ja auch noch Hunderte Mods Für das Spiel Nicht Also Ich weiß nicht Ob ihr Hirnsturz kennt Aber den gucke ich Sehr gerne Okay Die sind nicht Wieder respawnd Ähm Lassen jetzt mal ein paar Sachen Aber hier So totaler Kram Was brauchen wir nicht Papier brauche ich jetzt nicht Die Juckersamen Die Samen brauche ich nicht Das brauche ich nicht Das hier nicht Sandwiches nicht Entschuldigen sie Aber ich bin hier Beschäft Sag mal Ach sage mal So und ihr kriegt gerade mit Ich mache auch ein bisschen Eine überlange Folge Das hat aber auch den Grund Ähm Weil Natürlich Das nächste Mal Wenn wir uns sehen Horde Nacht ist Also in der nächsten Folge Und das würde ich gerne Ganz eng Auf Kante haben Sozusagen Zwei Minuten Dann laufen wir Ja eigentlich laufen wir Nur noch zum Haus zurück Dann würde ich sagen Sehen wir uns am Haus wieder Bis gleich Dann So Bis zum nächsten Mal.